Moin Moin YouTube, hier ist euer Kammschmuzer mit einem kurzen Informations- und News-Vlog von mir für euch. In den nächsten Minuten wird es verschiedene News geben zu bestimmten Spielen, was auf meinem Kanal passieren wird. Neues zu Social-Media-Sachen und so weiter. Hört doch einfach die nächsten Minuten zu und dann seid ihr auf den neuesten Stand und verpasst nichts. Und ich fange direkt mal mit der ersten News an, würde ich sagen. Und zwar betrifft das Call of Duty Black Ops 2. Es lohnt sich jetzt nicht, darüber ein eigenes Commentary zu machen oder so. Nur eine kurze News für eine gute News für die PC-Spieler. Und zwar, Call of Duty Black Ops 2, der Season Pass, ist jetzt auch auf dem PC bestätigt. Sprich, alle vier DLCs für einen Preis, 49,99 Euro wird es, glaube ich, kosten für den Season Pass. Ja, ist jetzt auch bei Steam gelistet, hier auf dem Bild zu sehen. Von daher, die PC-Spieler bekommen diesen Season Pass auch. Außerdem gibt es noch News zu dem Matchmaking. Das war ja bis jetzt immer sehr regional begrenzt und hat zu katastrophalen Verbindungen geführt und so weiter. Und laut Twitter-Nachricht sieht es jetzt so aus, dass es diesmal vor allem nach der Latenz und Ping basierend geht. Naja, ich finde es danach soll es eigentlich immer gehen. Und dann hoffen wir einfach mal, dass wir bessere Ping-Zeiten hinbekommen in den Lobbys und dann der Frust ein bisschen nachlässt, wenn die Verbindung besser läuft. Allerdings, was man von so einem News halten soll, naja, Versprechen tun sie immer vieles. Also warten wir da einfach mal ab. Dann gibt es eine News zu mir und zu meinem Kanal, beziehungsweise zu Twitter. Denn ja, der Kammschmuse HD ist jetzt bei Twitter. Ja, jahrelang habe ich mich gewehrt und habe mir gesagt, wozu brauche ich den Müll. Und ehrlich gesagt weiß ich das bis heute auch noch nicht. Denn ich habe mich heute mal angemeldet und habe mir so ein paar Leute, wo es interessant sein kann, mal, ja, den folge ich jetzt mal. Zum Beispiel hier den Idin Friseur, den MaxFPS, den FIFA-Tastic. Und ja, ich werde mir das Ganze jetzt mal eine Woche angucken. Werde selber auch rumtwittern und Nachrichten verbreiten zu mir, zu meinem Kanal und so weiter. Und mal schauen, ob das den einen oder anderen interessiert. Bis jetzt habe ich erst einen einzigen Follower. Das ist der Extreme-Killer. Ja, grüße dich mal wieder. Du bist wie immer der Erste. Ja, und wenn ich sehe, dass das bei euch gut ankommt, dass ihr das gut annimmt und ich da auch gutes Feedback zurückbekomme, ja, dann werde ich dabei bleiben. Und wenn ich merke nach einer Woche, hör mal, das hat mir gar keinen Mehrwert für mich. Ich sehe da keine Vorteile für mich drin oder so und euch interessiert das auch nicht so wirklich. Dann werde ich das wahrscheinlich auch wieder ganz schnell sein lassen. Aber schauen wir erst mal, wie die erste Testwoche so, ja, vergeht, ne? Ähm, wenn wir schon mal bei Social Media sind, kommen wir direkt zu Facebook. Erstmal bedanke ich mich bei 150 Leuten, die mir ein Gefällt mir da gelassen haben. Und über alle News über Facebook, ja, bei mir auf dem neuesten Stand bleiben. Dafür erstmal vielen, vielen Dank. Das sind immerhin fast 10% meiner Abonnenten. Finde ich sehr cool. Ähm, ja, auf Facebook finde ich, wie immer, ja, wer die Facebook-Sätze noch nicht kennt, auch exklusiven Videos und so, die ich nur auf Facebook hochlade, jeden Monat zum Beispiel ein Pack-Opening von FIFA. Ähm, ja, könnt ihr hier einfach mal vorbeischauen, wenn euch das Ganze interessiert. Ähm, für die Leute, die schon da sind und mich schon ein Gefällt mir da gelassen haben und sich sehr wundern vielleicht, warum sie in letzter Zeit gar keine Nachricht mehr von mir angezeigt bekommen oder so, da hat Facebook mal wieder, ja, uns User ein bisschen nicht verärgert, ohne uns groß zu informieren. Aber es sieht wohl so aus, ähm, ja, dass man jetzt nicht nur eine Gefällt mir Abgabe geben muss, damit man alles mitbekommt, sondern zusätzlich habt ihr hier ein, ja, ein Zahnrad mit Einstellungen. Bei mir kann ich euch leider nicht zeigen, weil ich ja der eigene, weil es meine eigene Seite ist. Ähm, und dort müsst ihr dann die Seite, also auf die Seite draufgehen, auf dieses Dreieck, oder Dreieck, auf dieses Zahnrädchen, dann habt ihr hier, äh, einen Punkt, der heißt, ähm, zu Interessenlisten hinzufügen und dann müsst ihr, äh, diese Seite, also Kampfbruchshd zu, in eine Interessenliste hinzufügen und dann seid ihr auch immer wieder, ja, bekommt ihr alle News auch in eurer Übersicht angezeigt. Ansonsten kann es sein, dass ihr vielleicht das eine oder andere verpasst und da kann ich euch nur empfehlen, ja, einfach mal direkt auf die Seite zugreifen und zu gucken, ob ich da was neu gepostet habe. Das gleiche Problem besteht hier auch bei YouTube, auch YouTube macht ja momentan richtig Ärger. Ähm, gerade was die Abo-Boxen angeht, was da angezeigt wird und so weiter, ist teilweise sehr grausam. Ich habe ja auch einen Zweit-Account, ähm, auch da werden mir teilweise meine eigenen Videos nicht angezeigt oder erst zwei Tage später und so verrückte Sachen. Ich meine, klar, der Grundtipp Nummer 1, den kennt ihr aber wahrscheinlich schon von allen anderen Kommentatoren auch schon gehört und so, bei Ansicht definitiv nicht auf Highlight stellen, weil dann bekommt ihr nicht alle Videos angezeigt, die ihr abonniert habt, ähm, sondern auf alles. Und dann sollte man eigentlich jedes Video angezeigt bekommen, was jemand hochgeladen hat, den man abonniert hat. Auch das scheint aber in letzter Zeit nicht so wirklich so zuverlässig zu funktionieren. Deswegen auch da bleibt mir eigentlich nur der einzige Tipp, ab und zu einfach, ja, wenn ihr wisst ja, ich lade so gut wie jeden Tag ein neues Video hoch und wenn ihr dann zwei, drei Tage kein Video von mir gesehen habt, dann schaut doch einfach mal auf meinem Kanal vorbei, ob ihr da, ja, einfach wieder der Abo-Box zu Opfer gefallen, äh, zu Opfer geworden seid. Und, ähm, ja, und dann hier werden zumindest aktuell immer noch zuverlässig alle Videos angezeigt und dann müsstet ihr da einfach mal vorbeischauen. Außerdem bekommt ihr ja hier auch alle anderen Informationen, ähm, ja, zum Link zu Facebook, zu Twitter aktuell jetzt, zu meinem Livestream, ähm, ja, wenn ihr mit mir zocken wollt, mit mir skypen wollt, äh, ein Informationsvideo dazu, ähm, ja, wie ihr Gast Gameplays auf meinem Kanal bekommt, wie ihr Gast beim Abo-Talk werdet, wie ihr einen Schlag in den Schmuser teilnehmen könnt, alles hier auf der rechten Seite bekommt ihr genug Informationen. Also bevor ihr mich anschreibt und Fragen habt, schaut doch mal hier vorbei, ob eure Fragen vielleicht hier schon beantwortet werden. Außerdem sehe ich gerade, ich bedanke mich erstmal bei über 1600 Abonnenten, sehr krass, haben wir die 1600er Marke auch geknackt, sehr, sehr geil, freue ich mich drüber, und, ähm, ja, ich hab schon Fragen bekommen, wann denn mein 1500 Abo-Special kommen würde und so, ähm, gar nicht, ich hab kein 1500 Abo-Special geplant, das nächste Abo-Special wird bei 2222 Abonnenten kommen, weil ich da mache, keine Ahnung, erstmal muss ich da hinkommen, das ist noch ein weiter Weg für mich, ähm, ja, und, ja, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann, ja, empfehlt mich doch einfach mal euren Freunden und so weiter, denn, ähm, ja, Mund-zu-Mund-Propaganda ist das, was mir am meisten hilft, und, ähm, ja, dafür sag ich schon mal Dankeschön im Voraus. Und, ähm, ja, jetzt noch eine fantastische News, eine fantastische News zu FIFA 13, ähm, dort wird, äh, irgendwann in Zukunft, naher Zukunft, sag ich jetzt mal, ein Video erscheinen, wo ich ein Duell spiele gegen einen anderen großen YouTuber, der auch FIFA-Videos macht, ähm, darauf konntet ihr euch schon freuen, also ich freue mich zumindest sehr da drauf, und ich denke, das ist auch für die meisten FIFA-Fans bestimmt, äh, eine Sache, wo sich ja, was sich gerne anschauen werden, und, ähm, da freue ich mich schon drauf, ähm, ja, wird in, denke ich mal, in den nächsten Wochen kommen, ich weiß es noch nicht genau, vielleicht auch schon in den nächsten Tagen, muss ich mal schauen, wann wir beide dazu Zeit finden, ähm, ja, was wird in nächster Zeit auf meinen Kanal sonst noch kommen? Ganz klar, WWE 13, ähm, WWE 13, er kommt am Dienstag raus, am 30.10., dann wird natürlich auch direkt an diesem Tag gezockt, und ich werde ein kleines Video dazu machen, was mir Neues dazu auffällt, zur alten Version und so weiter, also, da könnt ihr euch schon mal Dienstag auf einstellen, da wird ein WWE 13 Video kommen, ähm, ansonsten werde ich das Spiel natürlich ganz normal let's playen, wie ich WWE 12 auch let's played habe, und, ähm, ja, darauf konntet ihr euch schon mal freuen, zumindest die Wrestling-Fans unter euch, und an die Wrestling-Fans unter euch habe ich auch eine kleine Bitte oder so noch, ähm, ja, Bitte kann man nicht sagen, aber einen kleinen Hinweis, wenn ihr auch Lust drauf habt, am Sonntag ist der nächste Pay-Per-View, in zwei Tagen, sieben Stunden, siebenvierzig Minuten und einer Sekunde, ähm, findet der nächste Pay-Per-View statt, und zwar Hell in a Cell, äh, der Main-Event Wayback vs. CM Punk, freue ich mich schon sehr drauf, und ich werde mir das Ganze auf jeden Fall am Sonntaglacht live angucken, von der Nacht von Sonntag auf Montag, und wenn ihr euch dann auch anguckt und Bock habt, in der Zeit mit mir zu skypen, dann können wir ein bisschen darüber quatschen, was da gerade so passiert, und vielleicht ein Anschluss sogar noch bei der Review dabei zu sein, und mich dort zu unterstützen, ja, dann schreibt mich da einfach per YouTube an, würde ich mich freuen, per YouTube, per N, oder per Skype direkt, und dann können wir am Sonntag nachts zusammen skypen, und vielleicht danach zusammen noch ein Video aufnehmen, ähm, ja, einfach mich anschreiben, würde ich mich freuen, was gibt sonst noch Neues, ja, am, ähm, Black of 2 Release ist ja auch nicht mehr lange hin, zwei Wochen, zwei Wochen ungefähr noch, ähm, ja, und dann wird natürlich wieder sehr, sehr viel COD auf meinen Kanal kommen, das kann ich euch versprechen, ähm, freue ich mich noch wieder sehr drauf, ich habe mal die 180 Euro Version vorbestellt, inklusive diese Quattrocopter und allem drum und dran, da wird natürlich dann auch in dem Tag, äh, oder einen Tag später halt, ähm, das Unboxing kommen, und auch mit Sicherheit mal ein Flug des Quattrocopters, wie das Ding fliegt, und ob ich 180 Euro voll in den Sand gesetzt habe, ich bin ja mal gespannt, ich gehe ja fast von aus, oh Mann, oh Mann, ähm, ja, das dann halt in zwei Wochen, dann noch eine kleine Sache, ich hatte ja mal angekündigt und einen Kommentator drüber gemacht und euch gefragt, ob ihr Interesse hättet, dass ich Android-Spiele vorstelle und zeige, denn, ähm, ja, ich nutze ja Android sehr, also auf mein Handy und auf meinem Tab ist Android drauf, und da spiele ich auch das eine oder andere Spiel, und habe auch das eine oder andere gute Spiel wirklich entdeckt, was auch kostenlos ist, und wollte das eigentlich euch vorstellen, und ihr habt ja auch gesagt, ja, klar, macht das, zeig uns das, Problem an der Sache ist, ähm, ja, ich will euch ja gute Qualität liefern, und ihr kriegt es momentan einfach nicht hin, es in guter Qualität aufzunehmen, von daher, ähm, wird das in nächster Zeit erstmal nichts werden, also ich habe mir mal extra noch versucht, dann ein Kabel zu holen, womit ich das Bild von meinem Tab auf meinen großen Fernseher bekomme, um das dann per HD-Kamera abzufilmen, äh, mit Stativ, aber das ist von der Qualität her alles nicht wirklich befriedigend, und gefällt mir so nicht, und solange ich keine Möglichkeit habe, per HDMI aufzunehmen, muss ich einfach erstmal drauf verzichten, tut mir leid, also, es ist immer noch in meinem Hinterkopf, und ich würde es immer noch gerne zeigen, und vielleicht kommt das auch irgendwann, aber in naher Zukunft wohl erstmal nicht, ähm, ja, das soll es gewesen sein, mit den ganzen Informationen, ich hoffe, ähm, ja, es war nicht zu viel, und zu, äh, zu viel auf einmal, und zu viel Durcheinander auf einmal, ähm, ja, die nächsten Tage kommen natürlich wieder Videos, FIFA-Videos, CD-Commentaries, ähm, Abo-Talks sind einige, stehen einige an, und, ähm, ja, ich denke, da werde ich euch hoffentlich gut unterhalten, ich würde mich freuen, wenn ihr mich euren Freunden empfehlt, zu dem Video vielleicht ein Däumchen da lasst, und, ähm, ja, wie gesagt, ab und zu mal auf Facebook, auf Twitter vorbeischaut, und, ähm, halt auf meinen Videokanal, falls ihr mit wirklich kein Video verpasst, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, kommt gut rein, bis dann, viel Spaß, euer Kampschmuser.